So, willkommen zurück zum Metal of Warne Warfighter. Aktuelle Einsatzziele. Gelange unbemerkt zum Hotel. Eliminiere jeden Widerstand. Nachdem die PEDN Spur bis auf die überfluteten Philippinen verfolgt hat, bekämpft TF Marco jetzt AS-Terroristen, die zivile Geiseln genommen haben. Und zwar heißt unsere Mission Gezeitenwechsel. Ab geht's dafür. Kleiner Ratte, ey. Jetzt geht's los hier. Ja, ja. Ja, mach mich kalt. Ja. Normalerweise muss ich den Typ messern. Messern. Ich muss den Typ messern. Und nicht schießen. So. So. Die Mission wird auf jeden Fall sehr anspruchsvoll. Tja. Ey, renn hier so schnell weg. Wart da runter, in diese scheiß Kloake, ey. Hier wimmelt jetzt nur von Feinden. Na, sag doch, ey. Messer ihm! Messer ihm! Kann man sagen, du sollst ihm Messern nicht erschießen. Bewegung. Den könnte ich abknallen. Ja, du stehst voll im Weg, Mann. Ja, super, ey. Ja, super. Jetzt haben wir die ganze Aufmerksamkeit auf uns. Jo, da war eine Granate. Ja, kacke. Ah, alle guten Dinge sind drei, ey. Verdammte Scheiße, ey. Zwei, Mann. Du weißt nicht mehr. Hier ist es. Morgen. Halt. Na, komm, 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 komm. Oh. Mach mal dich hier mal ein bisschen effektiver. Ah, Philippinen, ja. Ja, hab ich vor. Alle Bäder, wa? Sehr schön. Auf zwei Uhr sind noch drei. Äh. Wir müssen zusammenarbeiten. Ich folge dir. Äh, du folgst mir. Äh, ja. Wunderbar. Der Name hier fällt mir, Brücher. So, durchbrechen. Aber Brecheisen kann man immer noch nicht nehmen. Was ist schade eigentlich? Treten wir mal ein. Die Tür. Und number. Und number. Oh, den haben wir. Oh, ja. Auf jeden Fall. Wunderbar. So, gefällt mir das. Oh, scheiße. Ja, hab ich gesehen. Ah, komm her, du. Na, aber rennen können sie. Na, ist der da nicht mehr? Ne. Jetzt auf jeden Fall mehr. Mann, der war hartnäckig. Oh. Oh. Oh, genau in der Falle hierrand. Oh, ich muss mich zurückziehen, ey. Oh, hier fang, Alter. Alter, man sieht die kommen, ey. Oh, oh, oh. Oh. Oh, auch noch. Oh, Hammer, ey. Oh, ich muss in die Deckung. Oh, scheiß Granate. Oh. 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 Oh, meine Güte, ey. Ist ja Wahnsinn, Alter. Zum Haupteingang. Man sieht die ja kaum, ey. Hammer. Da drin werden wir wenigstens nicht nass. Da ist noch ne Tür. Na ja. Kann man das jetzt endlich wühlen? Oh, immer noch nicht, Mann. Da ist ja belastend, ey. Breicheisen freigeschaltet. Na, endlich. Können wir dann das nächste mal verwenden. Ja, sicher. Engst. Die Gasse da. Ah, schön nass hier. Halt die Augen offen, Breacher. Hier eine Menge Verstärke für AS. Mhm. Oh, musst du schießen? Ich wollte... Oh, da oben ist einer. Oh, da oben ist einer. Na, hätte er nicht geschossen, Mann. Ja. Boah, Wahnsinn, was hier abgeht, ey. Oh, erledigt. Hammer, ey. Hier musst du genau gucken, ey. So, hier ist alles frei. Okay. Alles klar. Torrücken, Breacher. So, komm, wo lang? Ich hab das Tor. Ich geh nach rechts. Scheiße, die Sache stinkt nach hinterher. Halt Fenster und Zürgen im Auge, Breacher. Na, super. Geh nach vorne. Ja, ist hier nicht. Wir sind in der Stadthulgen mit zum Ziel vor. Wie ist euer Status? Wir wurden ein bisschen aufgehalten, Mother. Das sind mehrere Patrouilleen am össeren Perimeter. Seid vor, nicht lieber. Jo. alles voll die buchte hier hauptisch granate ja hier musst du voll hochhalten naja, jetzt so, ist er erledigt oh, Granate, fuck ey, renn wir nicht so schnell eingeparkt also, auf einer Mai ist er anspruchsvoll, ey treffer oh steht er noch da oben, ne komm, halt drauf wunderbar scheiße oh, komm, 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 komm auspack links, links, Kastner noch mehr woher, da hat die Kastner happen, happen happen, happen ha oh scheiße waffe ist gleich leer alter und hat für sich schuss noch manche nicht dumm alter komm zeig dich granatenwerfer hier haben wir banzerfoss alle dabei kommt man muni so weiter die knare muss dann immer nachlernen wenn sie alle kommen wo ich war oder der granate fallen lassen komm auf die hütte hier na komm hoch hier komm 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 so los jetzt die überraschung ist geflasst jetzt wissen sie dass wir hier sind keine ahnung was mit den geisteln ist sie dir am besten mal das kapital an er hat drei jungen und kennen sich hier aus also aufpassen was neues von der radar der ist nicht in der gegend und über punkt nicht erreichbar dann macht er wenigstens keinen hager sieht aus als würde er im hintergrund die fäden ziehen roger wurde nun so weit er wird die erreicht ja wahrscheinlich hier hoch genau so wieder durchsprechen hier wahrscheinlich komm mach mal hin da unten ne ist alles gescheckt hier ah hammer mir fallen wir haben hier ein hochrangiges ziel das ist marwan al-khalifa unser mann ist in position warten sie ab general unsere mann haben das ziel im visier erwarten schießbefehl sie warten schatz schatz Das ist nicht so schlimm. Ihr könnt selbst wenn man hier in einem Schiff aufhalten? Herr Schick, wir haben alles über ein Eck. Wir haben jetzt aufgeschlagen, andere Dinge zusenken. Wir haben so ein Film gemacht. Und Schiffe! 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 Hat den Nageizler erschossen? Negativ. War einer ihr groß. Ist das Dekker des Verrückte? Warten Sie, Mutter. Tiger 12, haben Sie das Ziel? Seh mal in den Schiff. Schiffe! Rot-Rot! Du musst nur на Fassel! Rot, bleibt an Khalifa dran. Wart auf das Tor! Das ist ein Muslim, kann ich nicht. Rot. Rot. Tiger 12, schießen Sie! Die Geht gerade auf die Barsche! General, er bitte Identifikation von der Barsche! Schießen Sie! Rot! Kalipfer getroffen! Kalipfer abwunden! Udo! Negativ, ich weiß nicht! Tiger 12 hat geschossen! Tiger 12, ist das Ziel tot? Keine Ahnung! Udo, Lagebericht! Keine Spruch von Geiseln oder HFN! Breacher, wir gehen rein! Udo, du gehst zu den Schlauchbooten, die werden wir brauchen! Die Zuganschläge. Basilan, sie hängen zusammen. PETL. Er war da. Der, Kalipfer, hat vor meinen Augen den Mörderer gespielt. Hat 35 Leute mit in den Tod genommen. Und es gab Angriff auf anderen Warnhöfen. Der Funk ist voll davon. Ich komme nicht zurück. Ich bin raus. 12 der 35 waren Kinder. Wir haben eine Person in Basilan identifiziert. San Daldi. Alias Ibrah mal nahestehe. Das wird noch schlimmer werden. Tom? Ist alles okay? Ja. Uns geht's gut. Was wird schlimmer werden? Es betrifft uns nicht. Du musst damit aufhören. Was immer da vor sich geht, es betrifft dich und uns. Du musst mich einbeziehen. Ein klein wenig. Tja, ist aber streng geheim. Weecher. Eigentlich auch ein geiler Name. Philippinen. So, aber bevor wir hier weitermachen, machen wir hier erstmal Stopp, denn es beginnt eine neue Mission und zwar gefährliche Strömung. Eine Füllentscheidung der lokalen Behörden erzwingt einen Angriff auf die ASG-Anlage. Marco muss rasch handeln, um die Geiseln zu retten. Machen wir auf jeden Fall im nächsten Part, also runter rein. Bis dann.